Ich würde Sie jetzt einfach mal ganz frech fragen, was ich noch nie gemacht habe. Was haben Sie sich denn vorgestellt? A1200. Das ist ja Liebhaber, aber es ist halt mehr so eine Sammleruhr. Darf ich kurz telefonieren? Jawohl, können Sie. Machen Sie das. Denn auch Heinz ist nicht allwissend, was Uhren betrifft. Ich habe mehrere Leute, die ich gerne um Rat frage. Das ist ja die Größe zu zeigen. Dass man nicht, oh, ich weiß alles, oh, ich habe Gescheitheik mit dem Löffel gefressen, gleich zweihändig, indem man nochmal jemanden fragt. Ich stehe morgens mit dem Satz auf, ich bin der dümmste Mensch auf dieser Welt, aber heute passe ich auf und lerne was dazu.